Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Eine israelische Familie ist am Montagabend westlich von Hebron in ihrem Fahrzeug beschossen worden. Der Fahrer wurde getötet, seine schwangere Frau sowie ein Sohn wurden verletzt. Die fünfköpfige Familie befand sich auf dem Weg zum Sederabend, dem Festessen, mit dem das Passafest beginnt. Ein Palästinenser stand am Straßenrand und beschoss mehrere israelische Autos mit einer Schnellfeuerwaffe. Ermittler der Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass er nicht allein gehandelt hat. Die radikal-islamische Hamas und die Terrorgruppe islamischer Dschihad begrüßten das Attentat. Israel führt geheime Verhandlungen mit arabischen Ländern. Dies hat Außenminister Liebermann bekannt gegeben. Die geheimen Gespräche mit Saudi-Arabien und Kuwait basierten auf der gemeinsamen Angst vor dem Iran. Sie sollten zu diplomatischen Beziehungen führen, sagte der Außenminister. Politische Sprecher von Kuwait und Saudi-Arabien dementierten Liebermanns Aussagen. Die Vereinten Nationen haben die palästinensischen Aufnahmeanträge für 13 Abkommen akzeptiert. Dies teilte UNO-Generalsekretär Ban mit. Die palästinensische Autonomiebehörde hatte in der vergangenen Woche die Mitgliedschaft in 15 internationalen Abkommen und Gremien beantragt. 13 davon gehören zur UNO. Mit dem Schritt reagierte der palästinensische Präsident Abbas auf die israelische Weigerung, im Rahmen der Friedensverhandlungen 26 arabische Terroristen freizulassen, nur um die Palästinenser am Verhandlungstisch zu halten. Auch die Schweiz hat mittlerweile den palästinensischen Beitritt zu den Genfer Abkommen formell bestätigt. Israel hat einen neuen Spionagesatelliten ins Weltall geschickt. OFEK-10 soll Informationen für militärische Zwecke sammeln und vor allem den Iran beobachten. Der etwa 330 Kilogramm schwere Satellit ist mit den derzeit fortschrittlichsten Kameras ausgestattet. Er könne auch nachts und bei allen Wetterbedingungen Fotos machen. Insgesamt hat Israel sechs Spionagesatelliten im All. Sie ermöglichen laut Militär eine nahezu lückenlose Beobachtung der Entwicklung auf der Erdoberfläche im Nahen Osten und darüber hinaus. Am Montagabend hat das einwöchige Passafest begonnen. Es erinnert die Juden an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten unter Moses' Führung vor mehr als 3000 Jahren. Während der Festwoche sollen Juden keine Speisen essen, die Sauerteig enthalten. Aus Sicherheitsgründen hat Verteidigungsminister Ja'alon eine Abriegelung der palästinensischen Gebiete verfügt. Palästinenser dürfen während der Festtage nicht nach Israel einreisen, außer bei humanitären und medizinischen Notfällen. Innerhalb der palästinensischen Autonomie im Westjordanland können sie sich frei bewegen. Die Sperre gilt bis zum 22. April um Mitternacht. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.